Musik Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Evolv Stage 2 mit Leon Hallo Leute Wir sind heute beide wieder Jäger Und ich hab heute einen neuen Charakter Oder einen Charakter den ich noch nie gespielt habe Und zwar Wie er heißt Fragt mich gerade nicht Irgendwas mit Blitz Ja also ich hab hier Verschiedene Waffen Zum Beispiel eine Harpune Ein MG Ein Schutzschild und ein Planetenscanner Und ein Jetpack Schub Ich hab eine Schrohrpflinte Und einen Raketenwerfer Und ich hab einfach so eine Art Mörser Und offensichtlich angetan, dass sie zu digitalisieren werden Leu, was ist das? Das ist grauenhaft Ja, ist das beeindruckende Technologie Die explizit entwickelt wurde Um ein anderes Lebewesen zu folgen Damit wir einen kleinen Vorteil haben So als wäre die gesamte menschliche Rasse In einem blubbernden Container Äh, leu Was labern die? Also mein Charakter Spezialisiert sich irgendwie alles auf Blitz Das sind alles was mit Blitzen zu tun Was ich hier habe Also ja Irgendwann dann nur auf Damage Ich kriege immer so einen Schub Wenn ich diesen Planetenscanner einsetze Die ist richtig stark Vorteil Jawohl Also Leute, wir What the fuck? Was ist denn hinter mir, Alter? Help Mich greift irgend so ein NPC-Vieh an Der Bill im Auto ist bei mir nämlich Boah Heftig Ich laufe hier die ganze Zeit mit niedriger Gesundheit rum Aber mein teammate hat mich gehealt Danke auf jeden Fall dafür, Mate Ich habe ihn gesichtet Mit dem Planetenscanner Ich laufe richtig, oder? Ja So, wieder fast volles Leben So muss das sein Ich kann euch nur empfehlen Wenn ihr mit Controller am PC spielt Kauft euch diese Grip Die Grip-Teile Beziehungsweise das sind so Grip-Teile Die man sich auf die Sticks macht So nutzen die Sticks nicht ab Und man hat besseren Halt Mit denen spiele ich jetzt schon seit ein paar Wochen Und ich muss sagen Ich finde die echt besser Als die Standard-Teile Also Leute, wenn ihr mit Controller viel spielt Kann ich euch das nur ans Herz legen Kauft euch solche Grip-Dinger Oder wenn ihr zu viel Geld habt Kauft euch einen Scuff-Controller Die haben die auch Was für einen Controller? Ja Allein ich Scuff-Controller Ja, weil die so teuer sind Deswegen, wenn man zu viel Geld hat Na? Die sind nun jeglich Scuffen Komm, Trauern, Peppe Ja Was, die? Die liegen total jeglich in der Hand Und ich brauche mal einen neuen Code-Foller Die nächsten Du spielst mit 360, ne? Alles wieder normal Ja Du kannst auch deinen Xbox-Controller am PC anschließen, ne? Will ich aber nicht Weil meiner auch in diesem So langsam um den Arsch geht Ich meine ja, nur Ich spiel auch mit Xbox-Controller am PC Da ist er Glaube ich Bei mir klemmt ja die Dings Die Altastrafen zu Ja Hab ihn Es geht nur auf mich Help Lol Ich hab nur eine Sache, die wirklich Damage macht Oh no Naja Leute Aber ist egal Wir spielen hier auch einen neuen Charakter Also da muss man jetzt noch nicht beim ersten Mal alles perfekt laufen Sage ich immer Wo ist er? Abgehauen Da vorne Hätte ich aber auch an seiner Stelle gemacht Abgehauen Weil er hat ein bisschen was eingesteckt Und Ja, also wenn er jetzt wegläuft Kann er sich natürlich wieder seine Panzerung anfressen Okay, wenn man Xbox-One-Controller kaputt geht Ist kein Problem Ich hab ja noch einen auf einen neuen Da So teuer sind die, die ich mir noch in 30 Euro Und ich meine ja nur Ich hab ja einen dazubekommen damals Ich bin mir aber echt am überlegen Wenn ich mir die Ding soll Ich bin Xbox-One-Elite Ich weiß nicht was Aber GameStop nennt nicht die normale One mehr Die nennt nur noch die Slim und die Elite Als gebraucht Ja, was bringt es dir dann? Hm? Das ist ja dann dumm Nee, ich verkaufe Also ich verkaufe meine Elite Was heißt Elite? Ich will mir verkaufen mir trotzdem eine Elite Und verkaufen sie so Aber ich finde die Elite echt unnötig Du findest die Elite unnötig Als erstes fandest du die voll geil Nee, die kann nicht viel anderes als eine normale Den Controller kann man auch so sich kaufen Ja, Slim geht auch, klar Aber die gibt es halt nur in Schwarz Ähm, Weiß, was mich abfuckt Ach, die gibt es auch bald in Schwarz Nur am Anfang ist die in Weiß Zwar immer so Keine Ahnung Wenn die 360 hatte ich spät Jawohl Jetzt haben wir verkackt Das ist denn das Fuck Strom in der Liga Hinter dir Hm, du hast gesehen Boah, euer Ernst, Alter Ich geh zum Strom Relikt Ich glaub ich blute, ich ekelhaft Hä, ich glaub ich blute Ekelhaft Wie geil Jäger Tot Ey, diese Sprüche Wie trocken die immer kommen Aber der hat eines der besten Monster Meiner Meinung nach Was hat der Tink? Nein Karo und ich sei das immer der letzte bin Du musst nur noch 15 Sekunden überleben Wie viel 22 19 Schade War knapp Ja, ich komme auch nicht mehr weg Der hat sich nicht mal hinterhergerollt Naja Leute, schon wieder verloren Ist nicht schlimm Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß Bei der Folge War ja ganz lustig Und ja Direkt Stufe 3 mit dem läuft Damit verabschiede ich mich schon mal von meiner Seite Bis zum nächsten Mal Ciao Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß Von zuschauen Bis zum nächsten Mal Hören Tschüss